Warum Rebound so toll ist? Warum Rebound so toll ist? Gut, ich bin aus dem Bild. Warum möchte ich, dass man festhält, was wir hier machen? Es ist eigentlich recht einfach zu sagen, weil ich tief in meinem Herzen davon überzeugt bin, dass das, was die Menschen, die dort mitarbeiten, machen einfach gut ist für Heidelberg, für die Gesellschaft um uns herum, aber auch vielleicht für ganz Deutschland in Zukunft. Und weil sie eine Vision haben und weil sie gemeinsam daran glauben, dass Bildung Spaß machen kann und dass es eine Welt geben kann, die mit weniger Problemen auskommt, als sie das heute tut. Ja, es ist schwierig, das spontan zusammenzufassen, aber ich habe einfach tief in mir ein sehr positives Gefühl gegenüber diesen Menschen und ich bin sehr froh, Bestandteil von deren Arbeit sein zu dürfen und eben an der Veränderung der Bildungslandschaft in Deutschland teilhaben zu können. Weil mir an der Zukunft der Kinder in unserem Land viel liegt. Warum Rebound so toll ist! Das ist das häufige Missverständnis. Also Rebound ist eben ein Programm zum sozialen Lernen und momentan hängt es sich am Thema Alkohol und andere Drogen auf, weil es einfach unserer Meinung nach in dem Alter, in dem es stattfindet, eine wichtige Entwicklungsaufgabe ist für Jugendliche. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass dieses Thema im Prinzip der Einstieg ist. Aber der ganze Methodenfundus und die Reichheitlichkeit des Programms beschränkt sich nicht auf Präventionsarbeit, sondern es geht darum, sich selbst kennen zu lernen, die eigenen Stärken zu erkennen, eigene Potenziale entfalten zu können, die Klassengemeinschaft zu stärken. Also es ist viel mehr als einfache Prävention. Und es hat auf jeden Fall das Potenzial, nicht nur den Schülern als Teilnehmer des Programms, und vor allem als aktive Teilnehmer, weil es ist eben partizipatives Lernen, ein reichhaltigeres Lernen zu ermöglichen, beziehungsweise ein schöneres Leben hoffentlich. Sondern es entwickelt auch die Schule, es verändert die Lehrer, es ist eine andere Art des gemeinsamen Erarbeitens von Wissen und ein anderer Umgang miteinander. Und ja, es ist eben auch Raum für andere Themen, es ist nicht einfach nur Prävention. Es ist eben auch Gesundheitsförderung. Es geht um eigene Stärken, es geht um Resilienz. Ja, deswegen. Prävention ist ein Bestandteil und das Thema Alkohol und andere Drogen ist wichtig. Aber Rebound ist nicht nur Prävention. Warum Rebound so toll ist. Gut. 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 Nachdem costume. Gut. Na,utes楚. Ach, aus. Gut. Ö. Geistry im 옛.? Dannäsident Ph generals. Öernerczę mummy. Untertitelung des ZDF, 2020